Ahhhhhhhhhh Ich liebe die Lose Oh mein Gott Du bist mal Einsatzsprachkanal, weil ich gefällt mir heute nicht Entschuldigung, wollte ich nicht Sind wir im Team Chat Und haben wir uns durchgefallen Das hatte ich auch vorhin Wie bei Ghostbusters Ich wollte nur voll mitmachen Hehehe Der Sniper Hier beim Viper ist ein Sniper Hehehe Da rein, das hat er Jung, jung, jung Oh nein Oh 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 Hehehe 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 Oh 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 Wir haben gewonnen Hehehe 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 Ja das lief aber noch gar nicht so schlecht Ach Für den Anfang Verbesserte Verteidigung Aha Naja positiv Ach Ach da gibt ja noch Geschenke stimmt Was ist das Oh Schlechter als meins Hehehe 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 Ich war auch im Menü Ich war auch im Menü Soll ich doch nicht so wohl in der Gegend rumdrücken Ja Mensch Konzentrier dich Uhu Ich bin Stufe 26 Oh Sollen wir es nochmal mit der Gläser in der Kamera Ja Hehehe Ja aber echt nicht Hehehe Vorallem der riesen Schritt über 26 Ja ja Hehehe 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 Ist ein bisschen überhaupt aufgestiegen Ich hab grad meine Rüstung verbessert Hehehe 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 Das kriegt man ja bloß wenn man andere Rüstung macht Und wir haben doch gar nicht gekriegt Hehehe Ich konnte meine Rüstung verbessern Du war ja mit deiner gebrauchten Rüstung Antretter oder? Hehehe Und jetzt die Schuhzeuge Hehehe Hehehe Nein nein Mann Hehehe Hehehe Ich hab meine nur verbessert Gute Gute Klamotte erfahr ja im Raumschiff lassen Sonst war er zu dreckig Hehehe Genau Hehehe Reinigungskosten sind ziemlich hoch bei dem Zeug Hehehe 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 Ich hab ja entweder Nee Dann müssen wir andere Karte auswählen Sonst könnte ich doch entweder die alte oder neue auswählen Achso und Scheiß Arbeite zusammen Dann könnt ihr überlesen Hehehe Von welchen? Hehehe Wie heißt das Spiel eigentlich? Hehehe Keine Ahnung Hehehe 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 Ich dachte das hier einfach mal erzählen Das Spiel ist nicht Geht Führung Hehehe Und siehst da jemand? Keine Ahnung Na ja Dann wieder meine Verwollter Hehehe 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 Pass auf das sind Gegner Hehehe Hehehe Den hab ich noch mitgenommen Oh ich bin bester unserer Gruppe Hehehe Hehehe Jetzt nicht mehr Hehehe Das frickt mich für unsere Gruppe Hehehe 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 Affögerung meiner Ich hab extra von meiner Community MeinenMyGerechner an den Trends laufen Damit er mitchappen kann mit ihm Auch keiner kommt Hehehe 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 Er muss dann clever schreiben bei uns in online Hehehe Hehehe Moment ich schreib den kurz favour Hehehe Ja, mein erster Kill. Jetzt geht's auch was. So, hab ich geschrieben. Hab geschrieben, hey, ich brauch's aber. Na johann, das war's für mich. Au, gemessert, oder was? Du hast geöffnet, aber so ein Scheiß. Gewürfmessert wurde ich. Und das waren die Fans mit oben. Ich treffe mich? Oh, ich hab' die Sniperm nicht so. Oh, ich hab' die Sniperm nicht so. Oh ja. Irgendjemand muss noch Verteidiger lassen, die dann kommen. Schwere Munition verfügbar. Ja, ich hab' die Sniperm nicht so. Ja, ich hab' ihn getötet. Die goldene Waffe. Ja, ich hab' die Sniperm nicht so. Ne, ich hab' die Sniperm nicht so. Wir haben die Sniperm nicht so. Ja, der war nicht so. Oh ja. Ich hab' die Sniperm nicht so hoch. Ich hab' die Sniperm nicht so gar nicht so hoch machen. Ich hab' die Sniperm nicht so hoch machen. Au, ach da oben ist ein Sniper, ach so. Auf Basis B kam ein C. Draußen da geht die Basis da. Bei Platten haben wir ja das Ziel. Oh ja, er kam von oben. Der hat einfach so gewartet. Eieieiei. Camper, er ist ein Camper. Der hat gewartet, er ist ein Camper. Definitiv. Wir holen einen da unten. Der hat den Lock extrem tot. Da vorne ist wieder goldene Waffe. Ja, schon wieder. Ich hab heute Goldkirle geschafft. Da redet ein Unsichtbarer. Messer-Cho ist hier. Wieder aus. Irgendwo ist neben der Messer-Cho. Au. Mann, oh. Ich war so gut. Führung abgegeben. Ich mag meine Führung, ich will sie nicht abgeben. In Führung. Schwere Munition kommt. Uh, schwere Munition. Tattoo, Tattoo. Bin schon da. Ich bin ganz allein hier. Ich bin tot. Ich hatte schon immer schon den Klauen gemacht. Ich wollte nur Waffe. Wuh. Und, was geht aber. Ja. Das hab ich mir auch gedacht. Ja. 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 Aber ich war mal erst da unseres Team. Jetzt bin ich zweitletzter. Ja. Das geht meinem Team auch rum. Man muss Opfer bringen. So, noch 5 Minuten, Führung, Valore. Ich habe gerade einen gekillt. Sollte Dachse. Baby, ich habe ihn noch. Ah, aus der Luft rausgeschossen. Oh, ein Abflift gleichgeschaltet. Oh, das sind ja die Rassisten. Verdammt. Äh, die brauchen noch 5 Punkte. Ich komm nicht mehr rein, bitte. Nicht nachgeben, Hüther. Es wird noch andere Kämpfe geben. Nein, der Schneider hier auf 3 Meter. Naja, aber es war knapper wie vorher, wir machen uns. Ja, sagt er, wir werden immer besser. 7 zu 15, guck mal wie gut ich bin. Schuh Upgrade. Du hast einen Schnürsenkel freigeschaltet oder was? Jo. An meine Waffe, diese Waffe kann unglaublich schnell gezogen werden. Super Sachen. Ja, unglaublich schnell. Nicht wahnsinnig. Unglaublich. Man drückt zwar nichts, aber wahnsinnig schnell. Nein, unglaublich. Wahnsinnig. Ist auch langweilig. Unglaublich schnell. Entschuldigung. Ich wusste ja nicht, dass es wahnsinnig ist. Langsamer ist als unglaublich. Wobei man wieder bei Wahnsinnsgeschwindigkeit werdet. Ja. Welche Wahnsinnsgeschwindigkeit werdet.